Einen wunderschönen guten Morgen Leute und herzlich willkommen aus Bali. Heute ist einer der schönsten Tage dieses Jahres für mich wahrscheinlich, denn erstens, ich befinde mich auf Bali, zweitens, ich werde erst morgen zu Fuß versuchen, die Insel zu überqueren, 100 Kilometer in 24 Stunden abzureißen und 1500 Höhenmeter bei dieser ganzen krassen Luftseuchtigkeit hier zu bewältigen, die mich wahrscheinlich versuchen, komplett kaputt zu machen, aber noch nicht heute. Also, auch ein guter Grund und drittens, wir haben von 2022 bis heute ca. 50.000 Euro gesammelt für die Organisation BABA, Bali Animal Welfare Association. Das Ganze ging los, als ich mit dem Fahrrad von München nach Hamburg gefahren bin, in sieben Tagen und wir dann da schon ordentlich Geld gesammelt haben, dann hat Monte auf das Video reagiert und dann hat das Ganze noch mehr ins Rollen gebracht, der hat selber auch 5.000 Euro gespendet, also dicker, dicker Kuss geht da raus an Monte, das war wirklich ordentlich befeuert. Die Monate danach und auch letztes Jahr habe ich dann auch mal wieder noch ein paar tausend Euro aus eigener Tasche dazugelegt und somit sind wir jetzt insgesamt bei ca. 50.000 Euro angekommen, die wir dafür gesammelt haben und wir haben damit unter anderem ein Tierheim gebaut, also so ein Shelter. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Hunde damit gerettet und gefüttert und das werde ich mir heute alles mal mit eigenen Augen anschauen. Mein der liebe Manuel Bergmann, den treffen wir gleich, der ist ein Kumpel von mir, der hier wohnt, der hat das Ganze schon auf Video begleitet, ich möchte es aber mal selber sehen und euch hier mitnehmen. Es wird richtig, richtig schön, weil das für mich der Grund ist, wieso ich unter anderem Social Media auch mache oder was halt einfach so was Bleibendes ist. Ich mache viele so Schmarrn-Videos und auch viel irgendein Nonsens, was halt einfach Unterhaltung ist. Es ist aber schön zu sehen, wenn dann dabei am Ende auch noch sowas bei rumkommt und man Tierleben retten kann, also ist krass. Jetzt essen wir erst mal was. Mrs. Sophia, was sagst du dazu? Wie geht's dir? Mrs. Julian, wie geht's dir heute? Good morning, ja super. Die Nacht war ein bisschen stressig und so, die Anreise war echt stressig, also gefühlt so vor fünf Stunden noch in Australien, jetzt schon hier. Man muss erst mal das so realisieren in seinem Kopf, aber ja, ich habe hier einen leckeren Wassermelonsaft, dann Fruits. Julian hat sich noch ein Bierchenmüsli bestellt, ich werde mir jetzt nicht mehr gleich meinen Kaffee gönnen. Und dann freue ich mich jetzt schon richtig krass auf die Hunde, ehrlich gesagt. Ich bin schon so gespannt, weil ich vermisse auch schon Suki & Ayou die ganze Zeit, so kann ich hier ein paar andere Hunde knuddeln, so als Ersatz. Wir werden die heute füttern, glaube ich, und vielleicht sogar mit denen auch Gassi gehen, vielleicht ist sogar auch die Chefin von der Organisation da. Ich meine, knapp 50.000 Euro ist schon eine Menge, Menge Geld und hier ist das noch mehr Geld. Man merkt schon direkt die Leute hier, Alter, die sind so übertrieben freundlich, wirklich. Ich war noch nie irgendwo auf der Welt, wo die Leute in Hotels so freundlich sind wie auf Badi. Die haben hier unten natürlich unsere Namen nachgeschaut, also wir zahlen hier 100 Euro danach fürs Hotel. Das, ja, ihr kriegt ja auch günstigere, man kriegt aber auch viel, viel teurere Hotels dafür. Die haben unten unsere Vornamen nachgeschaut und sprechen uns an und Mr. Julian, Mr. Sophia an und sowas. Und, ja, jetzt das Frühstück hier war inklusive, also man hätte sich noch voll viel bestellen können, Avocado, Toast und alles Mögliche. Aber wir gehen nachher mit dem Manuel Bergmann gemeinsam brunchen und, ja, jetzt gibt es hier einen Kaffee. Und vor allen Dingen, das Obst auf Bali, das schmeckt halt wirklich einfach Next Level, ne? Ich meine, die Sachen wachsen hier, man ist hier mitten im Tropengebiet. Ja, und rein, dann geht es gleich direkt los. Let's go! So, wir haben Frühstück aufgegessen und jetzt haben wir schon hier Besuch am Start, Leute, der liebe Manuel. Heute geht es ab. Ja, man, heute geht es echt ab. Den kennt ihr wahrscheinlich noch von manchen Videos, wo es selber hier auf Bali liegt. Ist das dein Scooter? Ja, ein bisschen oldschool, ja, genau, Surfwreck, alles drauf. Ja, Mann, wie ist es? Jetzt fahren wir, wie lange fahren wir jetzt zu dem Ort, wo wir hinfahren? Ungefähr 20 Minuten. Oh, okay, ja, schon ein kleines Stück, was wir da jetzt erst mal fahren werden. Also, ich würde sagen, Leute, auf geht's. Hallo. Kuckuck. Was hätten ihr gesessen? Hallo. Das sind jetzt alles Straßenhunde hier, die irgendwo auf der Straße gerettet wurden. Okay. Aber sind die dann auch alle, also was sind so die Kriterien, dass die gerettet werden? Weil hier sieht man auf dem Weg hierher, haben wir jetzt schon viele Hunde auf der Straße gesehen. Aber... Ja, es kommt immer darauf an, wie dringend es ist, weil viele kann man auch vor Ort behandeln. Ja. Aber es kommt ja auch ganz auf den Hund drauf an. Oft werden die halt vor Ort auch behandelt, vor allem wenn die Hautprobleme haben. Aber wenn es jetzt irgendwelche dringenden Sachen ist, dann kommen sie halt erst mal in die Klinik, werden behandelt, kommen sie hier für, also zur Adoption hin. Ah, okay. Zum Beispiel die zwei Hunde, der linke ist ganz schüchtern, weil der wurde vom Hundefleischmarkt. Also hier, Manu hat gerade gesagt, der Hund hier, der ist ganz schüchtern, weil der auf dem Hundefleischmarkt war. Aber Hundefleisch ist doch eigentlich auf Bali verboten, oder? Ja, ist auf Bali verboten, aber wird halt immer noch so hinter den Türen gemacht. Und es werden auch viele Hunde oft gestohlen und so weiter. Also es findet immer noch... Das ist krass, Alter. Einfach stell dir vor, du hast hier einen Hund und ein Hund wird gestohlen. Junge, Junge, Junge. Als ob du Menschen nichts Schlimmeres antun könntest. Ja. Oh, und der hat natürlich jetzt hier ein bisschen Angst. Du hast dann wahrscheinlich ganz schlimme Sachen mit euch gemacht, die muss ich gar nicht vorstellen können. Hier sind auch ganz kleine, ganz kleine Welpen. Schaut mal hier. Der ist wahrscheinlich gerade mal verrochen alt, so wie der ausschaut. Und der hat sehr viele Zecken und Flöhe. Wurde wahrscheinlich auch irgendwo gefunden, schatze ich mal, am Straßenrand. Hier daneben ist auch nochmal wahrscheinlich ein kleines Geschwisterchen. Also vielleicht erinnert ihr euch, wir haben zusammen 24 Stunden auf dem Stand-Up-Paddling-Board so am See verbracht. Genau, letztes Jahr. Und Manu hat gerade gesagt, da haben wir 1.000 Euro hingespendet. Und davon wurde unter anderem hier dieser Zwinger, die beiden Zwinger gebaut. Genau, die Gehege. Vor allem da kommen jetzt Hunde, die neu sind her, also die gerettet wurden. Einfach mal zur Quarantäne auch, dass sie erstmal hier ankommen können, bevor sie dann in den Hauptbereich kommen. Ja, okay Leute, jetzt wird es echt heftig. Schaut euch das mal an. Hallo. Wisst ihr, wo die leben? Wir zeigen euch gleich noch was richtig krasses hier. Ja, hallo ihr zwei. Ihr seid ja so viele Süßis hier alle. So viele Süßis hier. Hallo, so viele Süßis. Hallo. Oh, ihr seid ja alle so gut drauf auch. Guck, guck. Ja. Kuckuck, der umarmt mich ja richtig. Wisst ihr, wo wir hier sind, Leute? Wisst ihr, wo wir hier sind? Hier, sponsert bei Franklin. Ja, hallo. Hallo. Kuckuck. Ey, das muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Das ist geil, was man da mit Social Media auf die Beine stellen kann. Also das, Leute, das hier, das haben wir. Also die ganzen Hütten, alles was ihr hier seht, das haben wir alles mit den Videos auf die Beine gestellt und mit den Spendengeldern. Also im Hintergrund seht ihr hier eine große Hütte. Zack, die haben wir natürlich unter anderem finanziell. Da können die sich halt hinlegen. Der ganze Grund hier, alles. Die ganzen Hütten, alles was ihr hier seht, haben wir unter anderem mit euren Spendengeldern und auch mit den ganzen Sachen gezahlt und gemacht. Und die ganzen süßen Hunde, die so süß sind hier und so rumlaufen. Schau mal. Die freuen sich natürlich. Die können hier natürlich schön rumflitzen. Ach ja, hallo. Hallo. Bisschen viel. Okay, also Manuel hat es mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklärt. Bava selber hatte damals hier diese Villa, die ihr da quasi seht und dieses ganze Gebiet hier haben die gemietet. Und mit den Spendengeldern, die wir gesammelt haben, konnten wir jede einzelne Hütte hier quasi bauen, die ganzen Zäune und alles außenrum und unter anderem hier natürlich auch dieses Shelter, was ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick wirkt, weil die Hunde hier in der Nacht drin schlafen können. Man macht dann hier einfach die Wände runter und die werden hier unten in so Karabiner eingehakt. Und hier regnet es ja auch sehr. Da kommt der Regen von der Seite mit Wind und allem und die kommen dann hier quasi so, ja, deren Zuhause. Da liegen dann halt so 10, 15 Hunde. Die legen hier am Abend noch so Kissen aus, dass sie da schön weich liegen können. Und dann haben die hier eine gute Zeit und ja, das Gebiet geht noch viel größer weiter und das haben wir alles, alles hier umgebaut, dass das quasi als TM ist. Digga, mit fucking Challenges und Food-Videos und schmarrn Content auf YouTube. Das ist so unglaublich. Manuel, was würdest du sagen, wie häufig bist du hier oder wie häufig hast du so mit Bava zu tun? Einmal in der Woche fast. Einmal in der Woche. Sehr aktiv und ja, ist echt krass, was man alles erlebt. Man sieht auch die Brutalität und wie stark die Hilfe gebraucht wird. Wie lange bist du schon auf Bali? Wie lange lebst du schon? Fast sieben Jahre. Die Zeit vergeht. Krass, man. Krass, also du hast schon, wenn man es rechnet, sieben Jahre. Seit wie vielen Jahren arbeitest du mit Bava zusammen? Vier Jahre. Vier Jahre und dann jede Woche mindestens einmal. Viel gesehen und ich bin so dankbar für eure Unterstützung, weil es ist einfach so gigantisch, wenn man sieht, was die Spenden alles bewirken. Und dann auch die Freude bei den Hunden zu sehen. Von den 40.000 Euro Spenden damals, ganz grob, wie war die Aufteilung? Genau, also wir haben damals 500 Hunde kastrieren können und das ist auch wirklich nachhaltig, um die Straßenpopulation von den Hunden auf Bali zu verringern. Dann auch waren, glaube ich, ungefähr 10.000 Hunde gefüttert. Ich muss nochmal genau die Zahlen nachschauen. Aber es wurden dann halt 10.000 bis 15.000 hier reingesteckt, um wirklich für einen längeren Zeitraum was ein schönes Zuhause oder ein schönes Vorübergehen zu Hause für die Hunde hier zu haben. Ja, Mann. Und das ist halt geil. Einfach so an allen Ecken was bewegt. Ja, es gibt natürlich viele Baustellen, wo man was machen müsste und wo es brennt. Und man könnte auf 50.000 Euro nur in Fütterung investieren, aber dann ist es halt schnell aufgebraucht. Hier wird das Essen zubereitet für die Hunde. Wir haben hier Reis, Eier, Chicken, Gemüse, Karotte, irgendeine Kohle und sowas. Also die ernähren sich richtig gesund. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen hin. Also wow, denen geht es ja richtig gut hier, Alter. Aber auf der anderen Seite sind das halt auch sehr günstige Lebensmittel hier. Hier sieht man auch noch mal ein paar kleine Welpen. Ja, Kuckuck. Hallo, du Süßer. Hier ist eine Mutter mit einem kleinen, oh Gottchen, so viele kleine Welpen. Hallo. Also die Mutter hier zum Beispiel, die wurde vor ein paar Tagen die Mutter mit den Welpen in einem Sack wo abgegeben? Genau, bei Bava's anderen Tierheim. Die haben ja mehrere. Die wurden einfach in diese Mülltonne geworfen vor Bava's Tierheim. Und kümmert sich natürlich Bava jetzt um die Welpen. und die Mutter, die werden viermal am Tag gefüttert. Und wir hoffen natürlich, dass sie bald ein schönes Zuhause finden. Das Gute ist, wenn die noch so klein sind, haben sie hohe Chancen, dazu adaptiert zu werden. An der Stelle muss ich mal einen Shoutout geben an Tierliebhaber. Das ist eine Firma, die machen Hundefutter. Könnt ihr in Deutschland auch bestellen. Und die unterstützen Bava auch und spenden jeden Monat ein paar tausend Euro hierher. zahlen die Gehälter von den Ärzten. Wir haben ja letztens sogar Produkte von Tierliebhaber bestellt. Ja, und Manuel hat auch einen Rabattcode. Manuel 10, 10 Prozent. Also, wenn ihr Tierfutter kaufen möchtet, keine bezahlte Werbung nennen. Nutzt gerne Tierliebhaber, supportet die. Toll, dass sie sowas hier unterstützen. Hier könnte man jetzt denken, das ist nochmal die gleiche Hütte von vorhin. Auch sponsert bei TheFranklin. Aber das ist nochmal eine größere Hütte, die wir auch finanziert haben. Also auch, ja, hier dieses ganze Ding. Muss natürlich alles erstmal gebaut werden. Und da können auch mehrere Hunde bleiben. Auch immer noch hier alles, was ihr seht. Die ganzen Zäune, alles haben wir mit den Spendengeldern hier gemacht und finanziert. Das ganze Gelände. Die könnten alle ohne diese Spendenaktion nicht hier sein. Das lebt man in Deutschland, kriegt das gar nicht mit. Hat das überhaupt nicht so vor Augen, bis man dann hier ist. Das ist echt heftig. Sophia darf jetzt noch hier die Hündin die vom Dogmeat Market war. Auch noch füttern hier. Ja, da kommt sie dann her. Also der Hund zum Beispiel. Der Hund, der wurde von seinem Besitzer geschlagen und misshandelt. Und deswegen wurde er ihm weggenommen. Haben Touristen gefilmt und dann hier am Bar weitergeleitet. Also wenn man sowas sieht, immer Leute gerne in die Kamera rausholen, filmen, Videobeweis, egal bei was. Nicht wegschauen. Zum Abschluss haben wir uns jetzt noch hier ein paar Hunde mitgenommen. Und wir gehen jetzt hier durch die Reißfelder durch und machen einen kleinen Spaziergang mit denen, dass die ein bisschen rauskommen. Freuen sich auch extrem. Sophia ist auch mit dabei. Du hast schon deinen Lieblingshund ausgesucht, ne? Ja, ich hab mehr machen. Das Spazierengehen mit den Hunden ist einfach wichtig, um die Verbindung wiederherzustellen und das Wohlfühlen und auch vorbereitet werden für die Adoption. Fertig Gassi gegangen. Und Leute, natürlich ist der Link zu Barbar in der Videobeschreibung. Ihr habt jetzt gesehen, wo das Geld ankommt, wie das Geld benutzt wird. Und es wäre richtig cool, wenn ihr einen Euro übrig habt, dass ihr was Kleines da lasst. Die Kaufkraft von uns ist natürlich viel mehr hier unten. Also denken nicht so, 20 Euro können nichts bewirken. 20 Euro sind 20 Euro. Was kann man hier mit 20 Euro anstellen? 20 Euro könnte man zum Beispiel 40 Hunde füttern oder eine Kastration durchführen, um langfristig das Straßenhundeproblem auf Bali zu beheben. Also das Geld wird hier sehr gut eingesetzt. Da könnt ihr euch, garantiere ich euch. Und ja, ihr seht ja, was wir hier schon alles machen konnten. Einfach hammergeil. Danke. Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen. Das haben sehr viele von euch auch gespendet, mehrere tausend Leute. Ich persönlich finde es immer schön zu sehen, wenn man auch sieht, wo das Geld ankommt, dass es wirklich ankommt. Und das Ganze ist halt hier auf jeden Fall gegeben. So, als kleines Dankeschön bekommen wir jetzt hier noch eine Kokosnuss. Kokosnüsse hier sind halt einfach nur brutal direkt von da oben wahrscheinlich frisch geerntet. Kostenlos, zack. Jetzt gerade Erntesaison. Schmeckt richtig geil. Elektrolyte, gesunde Fette. Rein theoretisch kann man sich fast nur von Kokosnuss ernähren. Leute, wir sind jetzt quasi Mittagessen, Frühstücken, die erste Mahlzeit um halb drei oder sowas. Ich weiß es nicht. Und das sind wirklich die schönsten Smoothie Bowls, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Schaut euch das mal an, wie krank das aussieht. Hier für mich eine Peanut Butter Bowl mit ein bisschen Proteinpulver drin, eine Flat White, Matcha Latte für Sophia, noch eine Young Coconut für mich. sowas ca. ein Fünfer. Hier für Manu eine Acai Bowl. Schaut krass aus, ne? Schaut wirklich krass aus. Jetzt ist noch Manuels Verlobte dazugekommen, Alicia. Hallo Alicia, sie spricht kein Deutsch. Which words in German can you speak? Luxus. Luxus, okay. This is Luxus, yeah. So, also das ist wirklich... Ich will es gar nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Also wir müssen jetzt hier leider dieses Kunstwerk zerstören. Erdnussbutter, Banane und Proteinpulver ist da drin. Schmeckt schön nach Peanut Bar. Ganz, ganz gute Schokolade, ein bisschen Papaya. Hier noch ein bisschen Dragon Fruit und sowas. Also ich muss sagen, Smoothie Bowls auf Bali ist so der Shit. Das ist so das krasseste, was man machen kann eigentlich. Das können die einfach so gut wie kein anderer. Das ist eine 10 von 10. So, für ein paar mehr Protein habe ich hier noch so eine Quinoa Bowl bestellt. Auch sehr schön hier mit so ein bisschen Halloumi. Avocado reingeschnipselt und ein paar Cherry Tomaten. Wow, das schaut ja sehr lecker aus. Ey, Essen auf Bali ist halt auch eine sehr feine Sache, weil... Also vor allen Dingen, wenn man vegetarisch unterwegs ist. Hier gibt es sehr viele vegane, vegetarische Alternativen. Es kostet nicht viel und es ist sehr frisch gemacht und schmeckt echt super. Das sage ich, bevor ich das reingebissen habe, weil ich weiß, dass es geil schmeckt. Für den Frühlingszwiebeln auch noch drin. Sehr gut. Also wenn ihr hier auch herkommen wollt, Leute, Blend Café und Bistro in Ubud. Fährt man hier einfach her, zack, so schaut das Ganze aus. Dicke, dicke Empfehlung. Wir haben jetzt, glaube ich, für alles, für uns alle zusammen 50 Euro gezahlt oder sowas. Das war jetzt für vier Personen. Also preislich echt sehr, sehr, sehr in Ordnung. Habt, wie gesagt, köstlich geschmeckt. Jetzt gibt es einen lustigen, krassen Weg, denn wir fahren den Monkey Forest Shortcut. Manuel, was hat es mit dem Monkey Forest Shortcut auf sich? Ja, wir müssen jetzt da durchfahren. Ganz schmale Straßen und überall Affen. Und man darf nicht runterfallen, sonst ist man am Arsch. Ja, vor allem, dass du jetzt rutschicken bist. Da müssen wir aufpassen. Ah, cool, jawohl. Schon eine Challenge vor der Challenge morgen. Ich bereue es echt ein bisschen, dass wir hier nur drei Tage sind und so kurz sind, weil wenn man jetzt wieder hier ist, denkt man sich so, ey, es ist so geil, obwohl wir schon seit vielen Jahren, also hier zum dritten Mal sind und der Tourismus hier immer mehr wird und natürlich auch nochmal sagen, Bali wahrscheinlich langfristig ein bisschen seinen Charme verliert, vor allen Dingen in der Stadt, ist es dennoch immer noch wunderschön. Also die Leute sind so unglaublich freundlich. Hier sind überall Monkeys. Oh mein Gott, die schauen schon so. Oh Gott, die schauen schon so. Oh, bitte. Wir sind jetzt hier am Ubud Market, Leute. Den kennen wahrscheinlich viele von euch, die schon mal in Ubud waren. Also, falls alle die es gar nicht wissen, Ubud ist so, glaube ich, sogar das religiöse Zentrum hier und befindet sich relativ in der Mitte von der Insel. Ich habe meinen Hut gekauft für morgen, damit es nicht so aufbrennt. Und hier schaut das Ganze so aus quasi, also draußen ist es noch ein bisschen schöner. Hier sind so schöne Tempel. Hier muss man echt immer handeln, handeln, handeln. Also, den Preis, den die einem sagen, davon kannst du wahrscheinlich 30%, 20% nehmen und dann solltest du da am Ende rauskommen. Das hier ist auch ein schöner, schöner Palast. Und Manu hat gerade gesagt, von wem ist das der Palast? Ja, vom König von Ubud. Krass. Also, Ubud, die Stadt hier hat noch einen eigenen König und dem gehört der Palast hier. Nicht schlecht. Schaut geil aus, richtig schön. Wir haben es uns jetzt hier noch ein bisschen bequem gemacht, Leute. Und chillen ein bisschen im Pool ab. Oh, ich freue mich schon gar nicht, morgen 24 Stunden zu Fuß die Insel lang gehen zu müssen. Ich sage, wie es ist. Ich habe da echt gar keinen Bock drauf. Aber diese Hunde heute zu sehen, ist echt so eine kleine Motivation. Und wenn man sich dann wieder überlegt, so, okay, für mich ist das halt erstens Content. Das heißt, ich habe halt ein Video, was ich hochladen kann, was cool ist. Zweitens, ich habe eine krasse Erfahrung. Also, diese ganzen Challenges, die ich mache, sind halt immer auch eine heftige Erfahrung, die man am Ende seines Lebens zurückblickt, was man durchgezogen hat und was halt irgendwie auch eine coole Erinnerung ist. Auch wenn es mega, mega schmerzhaft ist und scheiße für sowas. Aber irgendwie ist es auch ganz nice. Und drittens, es werden halt so Projekte wie mit den Hunden sowas unterstützt. Und das alles zusammen sind dann irgendwie Punkte, die dann doch dafür sprechen, dass man sich in sowas reinschmeißt. Doch das ist so, dass man natürlich auch einige Leute da draußen motiviert und auch viele Menschen einen positiven Impact hat. Also, ich liebe meinen Job. Ich mache das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und irgendwie reizt es mich doch tatsächlich immer wieder, solche kranken Sachen zu machen. Deswegen, Food Challenges sind geil, liebe ich auch. Ich mache auch gerne einfach mal eine entspannte Foodtour. Muss auch nicht immer, ich kann nicht jede Woche irgendwie sowas machen, wie das, was ich jetzt mache. Aber ab und zu möchte ich dann doch auch weit aus meiner Komfortzone rauskommen und dann solche kranken Sachen machen. In dem Sinn werde ich jetzt hier noch ein bisschen im Pool chillen. Hier macht sich da oben einen lässigen. Was sagst du zum Hotel? Kann man machen, ne? Ja. Pudina Ubud Sweets oder so ähnlich heißt es. Wir sind auf dem Weg zum Restaurant, Leute. Wir haben vor vier Jahren, fünf Jahren mit Oskar und Mandy hier im Video gedreht, 100 Euro auf Bali ausgeben. Und da waren wir zum Schluss im Kismet Restaurant, Cocktail und Bar oder sowas. Das ist ein vegetarisches Restaurant. Das ist richtig geil. Was richtig, richtig gut ist, ist bei dir bisher im Kopf geblieben. Als das beste vegetarische Sache denke ich. Vegan, glaube ich sogar. Und war auch relativ preiswert. Wir haben jetzt halb acht. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich um fünf Uhr dreißig wieder abfahren muss und um fünf Uhr oder so aufstehen. Ich merke erst mal, dass ich übermüdet bin und mein Auge zuckt und mein Auge brennt. Und das ist schon die ganze Zeit am Schreien. Julian schlaft. Aber wir müssen auch was essen jetzt und das wollen wir auch. Das ist wirklich so schade. Wenn wir Roller so lang fahren in Asien auf der Straße, ist so das Gefühl von Freiheit. Das ist richtig. Ja. Das macht echt Spaß. Es ist wirklich so dieses Gefühl von Freiheit. Freiheit, ja. Es gibt keine Regeln, kein gar nichts. Auch wenn es ein bisschen stressiger manchmal sein kann. Ja, aber es ist irgendwie echt schön. Ich könnte immer wieder jedes Jahr einmal nach Asien reisen. Das ist irgendwie immer chillig. So, auf jeden Fall. Jetzt geht es hier den Verkehr entlang zum Restaurant. Manuel hat mir erzählt, dass besonders durch den Russland-Ukraine-Krieg hier sehr viele Leute aus den beiden Ländern hergeflüchtet sind, als damals der Krieg losging vor zwei Jahren. Und die Leute haben dann die Preise hier extrem in die Höhe gerissen. Teilweise zahlt man jetzt hier für so ein Haus mit Pool. Muss nicht super groß sein. 2000 Euro Miete. Also statt 300, 400 im Monat. Also von ein paar 100 Euro im Monat zu ein paar 1000 Euro im Monat ist die Miete hier gestiegen. Dann, ja, die Lebenshaltungskosten diesbezüglich sind sehr hoch gegangen. Was aber, würde ich sagen, noch relativ gleich ist, wie vor fünf Jahren, als wir das letzte Mal hier waren, sind die Preise für Essen, muss ich sagen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel einen No-Frickin-Chicken-Burger. Der kostet 5 Euro umgerechnet. Generell fast jeder Hauptgang 5 Euro. 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro, 5 Euro. Und ich glaube, das war ehrlich gesagt vor ein paar Jahren auch noch so. Immer noch alles so 4, 5 Euro im Hauptgang. Also Inflation, was das angeht, ist hier zumindest im Restaurant nicht so angekommen. Keine Ahnung, ob die das irgendwie anders kompensieren, aber ist immer noch ziemlich günstig, würde ich sagen. Morgen steht ja die Challenge an. Und de facto muss ich noch einiges essen, weil ich heute jetzt nur das kleine bisschen Frühstück hatte und das Smoothie Bowl und diese Bowl, das Mittagessen, gar nicht mehr irgendwie so viel. Ja, deswegen habe ich mir hier so eine Green Bowl bestellt mit Tempeh. Das ist eine Sache, die hier sehr häufig gegessen wird. Tempeh. Fermentierte Sojabohnen kann ich euch nur empfehlen, esse ich in Deutschland auch immer. Super Proteinquelle, 1A dazu roter Reis, ein bisschen Feta und Avocado und hier veganes Chicken-Satei. Und das haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Ich weiß nicht, wie die das hier machen, aber das schmeckt so gestört geil. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt. 1 zu 1 für Hähnchen. Fast. Du schmeckst noch, dass es vegetarisch ist, also du bist hier nicht verarscht, aber es schmeckt gestört geil. Und auch hier generell, wie sagt man, Trüffelfries ist eine Sache, die immer genau die gleiche Bestellung hatten wir vor fünf Jahren oder vier Jahren auch. Deswegen habe ich gesagt, never change the running system, den Burger hatten wir auch damals. Und der hier besteht aus einer schönen Avocado und so ein bisschen hier so einer Soße drüber. Dann auch nochmal frittiertes Chicken-Satei. Der war sehr, sehr, sehr geil. Und das Ganze vegetarisch, wie gesagt, man kann hier so kinderreich vegetarisch essen auf Bali. Also ich finde, es gibt hier wirklich nicht die Ausrede, so, oh, ich kann vegan hier nicht mein Protein decken oder es schmeckt nicht oder was auch immer. Es gibt wirklich Alternativen ohne Ende. Und nochmal kleiner Burger. So geil gefüllt, so saftig mit der Avocado und dem veganen Chicken. Hier noch eine junge Kokosnuss dazu. Richtig schönes Abendessen. Fast so schön wie meine Ehefrau. Die hat sich auch was Leckeres rausgelassen. Ja, hat mir was Leckeres rausgelassen. Und zwar, was ist das eigentlich so? Auch so frittiertes Chicken-mäßiges. Eigentlich, glaube ich, wollte ich so einen Spieß wie du. Da musst du mich auch mal gleich nochmal probieren lassen. Mh. Boah, wild. Sehr wild. Vegane Foodtour durch Bali wäre auch mal was, ne? Mhm. Wäre echt cool. Ja, aber hat er keine Zeit. Ja. Hier hast du dir noch Kimchi bestellt. Warum das? Warum Kimchi? Weil Kimchi gesund ist. Also ist ja ein fermentierter Kohl. Super fürs Mikrobiom. Und ja, lecker. Ich liebe Kimchi. Stinkt auch immer gut, Kimchi, muss man sagen. Gut, wir lassen uns schmecken. Ich bin so am Arsch. Und in siebeneinhalb Stunden muss ich aufstehen. Hey, wirklich. Aber einfach, ey. Ich meine, es geht nicht anders, Alter. Gurana Suite Ubud. Das ist unser Hotel. Wie gesagt, 100 Euro zahlen wir die Nacht. Ihr habt es gesehen. Die sind sowas von übertrieben freundlich, die Leute. Aber auch Bali generell. Aber es ist ein gutes Hotel. Kann ich empfehlen auch. So, ich packe es jetzt ab ins Bett. In ein paar Stunden geht es für mich raus. Und dann heißt es zu Fuß über Bali für die Hunde, die ihr heute gesehen habt. Äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Leute, lasst liebend gern eine Spende da. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ihr habt heute gesehen, wo das Geld ankommt. Und ich freue mich damit einfach extrem, sowas zu unterstützen. Ich alleine hätte das nie geschafft, dass wir da heute gesehen haben. Sondern das habe ich nur dank euch und auch dank Monte geschafft. Also wir alle haben das gemeinsam geschafft als Community. Und das finde ich so schön, wenn man auf Social Media sowas gemeinsam machen kann. Also an der Stelle ein Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, der auch nur einen einzigen Euro da gelassen hat. Ein dickes Dankeschön an Monte. Ein dickes Dankeschön an euch. War sehr emotional für mich und werde ich so schnell nicht vergessen. Dankeschön. Liebe Grüße aus Bali, Leute. Wir sehen uns dann als nächstes wieder aus Deutschland. Äh, kleiner Nachtrag. Die vom Hotel, die haben das mitbekommen, dass ich morgen diese Wander-Challenge mache. Die zeigen mir alle einen Vogel hier. Die meinen, das ist komplett krank. Und die machen mir eine kleine Frühstücksbox. Weil Breakfast gibt es hier dazu in dem Preis und sowas. Und das kann ich ja nicht mitnehmen. Jetzt stehen die da gerade in der Küche und bereiten mir so eine Frühstücksbox vor, die ich morgen mitnehmen kann als Stärkung. Damit ich diese Packe so süß einfach wäre. Hab ich noch nie in einem Hotel erlebt, sowas. Tschüss. 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 Tschüss.